Auch kräftige Läufer mit der Tendenz zur Überpronation haben den Anspruch auf einen komfortablen Schuh beim Laufen. Und genau dafür haben wir von Essex den G-Foundation im Sortiment. Er ist mit einem breiten und geraden Leisten ausgestattet für maximale Stabilität. Die feste Fersenkappe und das PRF-System sind Garanten für einen sicheren Sitz und geben dir ein gutes Gefühl beim Laufen. Gleichzeitig glänzt das Obermaterial mit seiner Atmungsaktivität und hält deinen Fuß beim Training angenehm trocken. Der G-Foundation verfügt über eine Pronationsstütze auf der Innenseite und ist somit besonders für mittelschwere bis schwere Läufer mit Überpronation geeignet. Die G-Dämpfungselemente unter der Ferse und im Vorfußbereich sorgen dafür, dass die Aufprallkräfte auch auf hartem Untergrund gleichmäßig verteilt werden. Die Flexkerben und die Guidance-Line lassen eine natürliche Abrollbewegung des Fußes zu und geben diesem stabilen Schuh seine Flexibilität. Der Essex G-Foundation 11 wird allen mittelschweren bis schweren Läufern mit der Tendenz zur Überpronation ein toller Begleiter sein. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.